Wir kriegen Elfmeter in der letzten Minute, ich verschieße und ja, das war damals dann der Grund, weshalb wir aufgrund der Quotientenpunkte quasi nicht aufgestiegen sind. Wenn wir weiter mutig daran arbeiten, aber auch mutig sind, glaube ich, werden wir am Ende des Tages auch belohnt werden. Wenn man eben schafft, in jedem Spiel die Leidenschaft, den Ehrgeiz, den Kampfgeist auf den Platz bringt, dann honorieren die Leute das. Der Club-Podcast Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Club-Podcasts und ihr habt es wahrscheinlich schon im Teaser gesehen, wir haben heute zwei Bundesligaspielerinnen zu Gast. Einmal die Jessica May und Lara Schmidt. Herzlich willkommen im Club-Podcast. Hi. Hi. Der Club-Podcast wird präsentiert von Add-on Personal, dem Partner für Ausbildung und Karriere des NLZ. Bist du bereit für den Aufstieg? Komm auf addon-personal.de. Wir bringen auch dich im Beruf ans Ziel. Dass wir das letzte Mal die Club-Frauen thematisiert haben im Club-Podcast ist schon etwas her, das war damals, nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga. Da waren Lea und Osman damals zu Gast. Jesse, du wirst dich an die Zeit sicherlich auch noch erinnern, Corona, Aufstieg am grünen Tisch. Und jetzt sitzen wir hier zwei, eineinhalb Jahre später und dürfen über die Bundesliga quatschen. Was ist das für eine rasante Entwicklung gewesen? Ja, ist krass, wenn man sich das denkt, wie schnell das dann doch gegangen ist. Nur zwei Jahre in der zweiten Liga, glaube ich. Wenn das vor jemandem gesagt hätte, dass es so kommen wird, hätten wir alle unterschrieben. Ja, jetzt ist es so. Jetzt spielen wir in der Bundesliga. Ja, es ist nur dieses ein Erlebnis. Wie geht es dir, Lara, zur zeitlichen Einordnung? Wir sind ein paar Tage nach dem Spiel in Wolfsburg. Ein guter Auftritt von uns, eine knappe Niederlage. Wie geht es einem so jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also trotz Niederlage auf jeden Fall besser als nach den anderen Spielen. Ich glaube, wir haben ja eine wirklich sehr, sehr gute Leistung dort gezeigt, vor allem als Team zusammen. Eine sehr, sehr gute Leistung und natürlich dementsprechend auch ein bisschen besser gelaunt als noch nach den letzten Spielen. Ja, macht auf jeden Fall Hoffnung auf die nächsten Spiele und auf die kommenden Wochen. Wie ist das so gegen Alexandra Popsi? Wurde dann ja gegen Ende eingewechselt zu verteidigen oder auch viele andere echt starke Spielerinnen? Ja, es ist schon Wahnsinn. Ich glaube, manchmal realisiert man das auch erst mit ein bisschen Abstand. Also jetzt in dem Moment, wenn man die auf dem Feld sieht, sind es auch einfach nur Fußballerinnen und ja, es geht einfach darum, da bestmöglich gegen die mitzuhalten. Ja, im Nachgang, wenn man dann irgendwie manchmal Bilder sieht und sich so denkt, okay, krass, das ist halt ja wirklich Alex Popp gewesen oder Eva Payot oder wie auch immer. Dann ist das schon nochmal ein bisschen beeindruckender als vielleicht in dem Moment, ja. Und in einer Szene hast du die Alex Popp sogar ziemlich umgeschrubbt, habe ich gesehen. Hat sie meine Sense ausgemacht, Lara. Ja, mein Papa hat immer gesagt, man muss ab und zu mal so ein Zeichen setzen. Und ja, als ich gesehen habe, dass sie reinkommt und ich weiß, dass es eine Spielerin ist, die braucht, keine Ahnung, zwei Sekunden, um ein Tor zu machen oder einen Ballkontakt, um ein Tor zu machen. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen härter gegen sie spielen, um ihr einfach so ein bisschen den Spaß am Spiel zu nehmen und sie gar nicht da reinkommen zu lassen. Und ich glaube, das hat in der Situation ganz gut funktioniert. Sie hat sich danach auch ein bisschen aufgeregt. Also von daher hat das auch so auf der Ebene geklappt. Jesse, du standest letzte Saison schon auf dem Platz gegen Wolfsburg. Das war damals im Max-Morlock-Stadion DFB-Pokal ein abzutes Saison-Highlight. Wenn du diese beiden Spiele separat betrachtest, das Spiel vor knapp elf Monaten im Stadion hier bei uns im Achteck und jetzt vor ein paar Tagen in Wolfsburg im AOK-Stadion, was geht dir da durch den Kopf speziell, was diese Entwicklung der Mannschaft angeht? Ja, es ist riesig einfach nur. Also damals war es tatsächlich so ein richtiges Highlight-Spiel in der Saison. Es war Pokalspiel, das ist immer was Besonderes. Dann natürlich auch noch gegen Wolfsburg, wo man wusste, ja, wir sind definitiv der Underdog. Wir müssen da alles reinwerfen, um nur ansatzweise irgendwie mithalten zu können. Und jetzt, ja, elf Monate später, ist es halt dann so, dass es dann Liga-Alltag ist, was einfach super kurios ist, weil man ja da irgendwie nie dran gedacht hat, dass es vielleicht mal soweit da doch irgendwie kommen könnte. Also man hat es sich natürlich gewünscht als Kind auch früher, dass man da mal hinkommt, aber dass es dann wirklich klappt. Das ist ein weiter Weg, das ist für jeden Einzelnen ein weiter Weg, aber auch fürs Team insgesamt. Und da sieht man auch die Entwicklung, die wir da in den letzten Jahren eben gegangen sind, jetzt auch mit den neuen Spielerinnen, die sich super bei uns einfinden, ja, sieht man schon, welche Qualität in dem Kader steckt. Und was besonders bitter war, das habt ihr, glaube ich, während der Spielzeit auch gar nicht so richtig mitbekommen, aber das 1-0 von Wolfsburg war ja tatsächlich abseits die Wolfsburgerin, die da, Chrissy Krammer, unserer Torhüterin, ein bisschen auf dem Fuß stand und die sich blockiert auf die Szene und die auch daran hindert, dass sie zum Beispiel rauskommen könnte bei der Ecke. Und habt ihr das im Spiel gar nicht wahrgenommen, weil so einen richtigen Protest gab es ja von unserer Seite dann auch nicht? Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe es gar nicht gesehen. Es war halt auch, ja, sie haben eine relativ, also eine Eckenvariante gespielt, wo viele auf einem Raum stehen. Deswegen war es für uns auch total eng. Ich hatte dann einfach nur das Gefühl, dass von uns jemand vielleicht am Pfosten steht und dadurch kein Abseits. Deswegen habe ich auch, glaube ich, bis nach dem Spiel nicht verstanden, wie das Tor Abseits hätte sein können. Aber im Spiel habe ich es gar nicht mitbekommen. Ich glaube, sonst hätte auch jeder ein bisschen mehr was zu sagen gehabt in dem Moment. Ja, mir ging es eigentlich genauso. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da nicht genau geschaut, ob jetzt jemand direkt vor Chrissy stand oder nicht. So, das ist dann, ja, in dem Moment hat man auch ganz viele andere Sachen im Kopf. Aber ja klar, wenn wir es gecheckt hätten in dem Moment, dann wären auf jeden Fall Proteste da gewesen. Da können sich alle sicher sein. Aber ich glaube, ja, in dem Moment hat man das nicht so ganz kapiert. Ja, aber die Erklärung mit der Pfostenabdeckung, das war auch das, was Chrissy dann in Interviews nach dem Spiel gesagt hat. Sie dachte auch, ja, dann standen wohl welche noch auf der Torlinie, die das Abseits aufgehoben haben. Aber dem war ja nicht so. Ist das dann trotzdem etwas, was euch dann im Nachgang ärgert? Und ach, wenn das die Schiedsrichterin gesehen hätte, dann hätten wir die Null länger gehalten. Dann wäre es nochmal, ja, einfach ein anderes Spiel geworden. Oder überwiegt dann doch irgendwie ein bisschen der Stolz über die gesamte Leistung? Wie schaut es da bei euch aus? Ja, ich glaube, also das wäre natürlich optimal gewesen, wenn du noch länger die Null hältst. Dann wird so ein Spiel vielleicht auch nochmal ein bisschen interessanter auf beiden Seiten. Ich glaube aber auch, und das muss man so realistisch auch einschätzen, ich glaube, Wolfsburg hätte dann viel früher agiert oder hätte auch gewechselt und hätte vielleicht auch nochmal mehr Druck ausgeübt auf uns. Wäre dann natürlich trotzdem spannend gewesen zu sehen, ob wir dem immer noch standhalten können. Und wenn du dann natürlich bis spät in die zweite Halbzeit die Null hältst, ist dann natürlich auch immer alles möglich. Also auch für einen Sieg von unserer Seite aus wäre dann sicherlich die eine oder andere Chance noch aufgekommen. Dann machen wir das einfach im Rückspiel. Dann halten wir da länger die Null. Jesse, wir haben es vorhin schon gesagt, du bist schon länger beim Club 2013 damals in die Jugend gewechselt. Du hast mit 15 Jahren schon für die erste Frauen debütiert. Wenn du an frühere Jahre denkst, wir haben ja jetzt schon die Entwicklung gesprochen in den letzten Jahren, aber wenn du an frühere Jahre speziell denkst, an, ich weiß nicht, Trainingseinheiten auf Kunstrasen oder Auswärtsspiele in Hennstedt-Ulzburg auf Blümchenwiesen oder in Neuner-Bussen seid ihr unterwegs gewesen. Und jetzt ist es so, du läufst da in das AOK-Stadion ein mit Merle Frohms neben dir. Was geht denn da bei dir durch den Kopf, was das für einfach für verrückte Jahre waren und dass diese Entwicklung ja wirklich nur ausschließlich bis dann nach oben ging? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, weil wenn man an damals denkt und wenn ich daran denke, was ich damals gedacht habe, das war halt normal für uns. Es war klar, dass im Frauenfußball zu der Zeit einfach nicht mehr möglich ist und dann war das auch okay und man hat einfach aus den Möglichkeiten, die man hatte, das Beste gemacht. Aber wenn man das dann Jahre später vergleicht mit dem, was man jetzt hat und wie das Schritt für Schritt immer mehr wurde, immer besser wurde, immer bessere Strukturen, alles einfach immer weiter vorangetrieben wurde, jetzt gerade speziell hier in Nürnberg, aber auch insgesamt im Frauenfußball allgemein, dann ist das eine Riesenentwicklung, die da vorangeht, die auch noch lange nicht am Ende ist, da bin ich mir sicher. Ja, wenn man dann im Endeffekt jetzt neben den besten Spielerinnen Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt, einläuft, spielt, dann ist das schon eine Riesensache und da kann man auch unfassbar stolz sein auf sich selbst, auf die Mannschaft, auf den Verein, dass man es jetzt dorthin geschafft hat. Du hast gerade die Verbesserung der Struktur noch angesprochen. Gibt es da konkrete Punkte, die du benennen kannst? Wie war es früher? Wie ist es jetzt im Vergleich? Ja, also es geht von Kabine zu Bus, zu Trainingsmöglichkeiten, die man hat, zu Analyse-Tools, die man verwendet. Also das ist wirklich breit gefächert, auch die ganzen Mitarbeiter, die jetzt nur für uns quasi zuständig sind. Das war früher nicht der Fall, da haben vielleicht zwei, drei Leute gearbeitet, die für den 1. FC Nürnberg Frauenfußball zuständig waren. Jetzt sind es, keine Ahnung, 12, 14, 16, ich weiß es nicht genau, wie die Zahl ist, aber das ist schon immens, wie das alles gewachsen ist in den letzten Jahren. Eine schöne Geschichte von früher hat Nastasja Lein uns mitgebracht. Oh wow, da bin ich gespannt. Und in die hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Wir hatten in der Saison 1920, hatten wir Anfang des Jahres 20, ein Spiel beim SC Sand gegen die Zweite auf einem wunderschönen Kunstrasen. Und es war erste Halbzeit, es stand 1 zu 1 und mitten im Spiel ist der Schuh von der Jessie gerissen. Also quasi am Schuh entlang, einfach so durchgerissen, dass man mit dem halt nicht mehr spielen konnte. Sie hatte jetzt aber kein zweites Paar oder so dabei. Die Lou hatte aber ein zweites Paar dabei, aus welchen Gründen noch immer. Und dann hat sich die Jessie diesen linken Schuh, der gerissen ist, quasi einen 9 genommen und hatte dann einen alten quasi an und einen 9. Das war sogar das gleiche Modell. Das war ganz witzig. Und wirklich in der nächsten Aktion hatten wir einen Eckball und ich glaube, die erste Aktion von der Jessie nach diesem Schuhwechsel war diesen Eckball reinzuschlagen, der dann perfekt auf dem Kopf von einer Spieler von uns gelandet ist, sodass sie mit 2 zu 1 in Führung gegangen sind. Und ja, ich glaube, das war ganz witzig irgendwie. Das ist einfach mit einem neuen Schuh, auch noch mit 2 verschiedenen Schuhen quasi an. Erste Aktion direkt mal ein Tor vorbereiten. Ja, am Ende wird das Spiel 4-2 gewonnen. Das ist auch tatsächlich eines meiner Lieblingsspiele aus der Saison. Ja, aber war eine ganz lustige Sache. Und ich weiß nicht, was mit diesem Schuh dann passiert ist, ob die Jessie den behalten durfte oder ob sie ihn wieder zurückgeben musste zu Lou. Aber war auf jeden Fall erfolgreich. Jessie, was ist es mit dem Schuh? Gibt es den noch? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass ich damals zu Adidas gegangen bin und gefragt habe, ob ich den bitte wieder einen neuen haben kann, weil das ja nicht sein kann. Ich glaube, sie haben es damals nicht gemacht, wenn ich es so richtig noch im Kopf habe. Aber ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber er existiert leider nicht mehr. Also ich glaube, ich habe ihn dann einfach weggeschmissen. Der liegt vielleicht noch in Sand, müsste man mal da sagen. Vielleicht auch da, ja. Wäre ja schon fast was für das Clubmuseum. Ja, nee, war auf jeden Fall eine witzige Sache, weil ich mir in dem Moment, also es ging auch nicht, dass man den tapen konnte. Also das ging nicht. Aber ist der komplett einmal aufgerissen? Also von unten die Sohn oder das? Er ist mir quasi mit den Stollen an meinem Knöchel entlang in den Schuh rein. Und dann wollte ich quasi los. Und dann ist der an der Innenseite von quasi, wo man reinschlüpft, fast bis vorne durch bei den Schnürsenkeln komplett aufgerissen. Also da wäre mit Tape nichts mehr möglich gewesen. Deswegen war nur noch ein Schuhwechsel. Ja, draußen hatte ich keine mehr. Also in der Kabine dann schon noch. Aber draußen hatte ich dann keine mehr. Und dann meinte die Lu, ja, dann zieh halt meinen an. Und dann, ja, habe ich den angezogen. Und dann hat es ja Glück gebracht für die Aktion. Überragend. Liebe Grüße an Nassi und auch liebe Grüße an Lu, mit der habe ich mich noch kurz vor der Aufnahme ausgetauscht, weil es nämlich noch kleine Unsicherheiten gab. Wessen Schuh damals gerissen? Es war es dann jetzt der von Lu oder von dir? Und wer hatte dann das Paar dabei? Aber konnten wir alles noch rechtzeitig rausfinden. Liebe Grüße an Luisa Richard, auch eine Klub-Legende. Definitiv. Sehr gute Geschichte auf jeden Fall. Ich dachte, jetzt kommt die Geschichte vom legendären Elfmeter, den ich verschossen habe. Weshalb diese Geschichte des 1. FC Nürnberg im Frauenfußball so entstanden ist. Die darfst du jetzt gerne erzählen. Das war Heimspiel gegen, das muss ich überlegen, Hessen-Wetzlar oder sowas. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es stand 1-1, wir kriegen Elfmeter in der letzten Minute. Ich verschieße. Und ja, das war damals dann der Grund, weshalb wir aufgrund der Quotientenpunkte wegen Würzburg quasi nicht aufgestiegen sind. Weil sonst hätten wir logischerweise zwei Punkte mehr gehabt als sie. Ja, dann wären wir schon ein Jahr früher aufgestiegen. Wir wären ein Jahr früher in der zweiten Liga gewesen. Und die ganze Geschichte hätte sich geändert. Krass, das ist hart. Aber ich bin mir trotzdem. Damals wurde ich dafür verurteilt. Jetzt im Nachhinein war es die beste Aktion meines Lebens, glaube ich. Das ist der Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Frauenfußball-Sfam-Club. Wir bleiben noch kurz bei dir, Jessie. Denn es gibt wirklich einen irren Fakt. Ich glaube, du hast es mittlerweile schon ein paar Mal gehört. Du hast einfach seit dem 11.11.2018 keine einzige Liga-Sekunde mehr verpasst für den FCN. Das sind, jetzt haben wir den 10.10. in knapp einem Monat einfach fünf Jahre, die du immer durchgespielt hast. Vor ein paar Wochen hatten wir das Pokalspiel in Jena. Da hast du zum ersten Mal in einem Pflichtspiel gefehlt, erkrankt. Aber die Liga-Serie hält noch. Was ist das denn für ein unglaublicher Lauf, den du da gerade hast? Ja, mir war das selber gar nicht so bewusst. Also ich wusste schon, dass ich viel gespielt habe in den letzten Jahren. Aber der Flo hat mich dann, der ist ja Statistik verliebt, deswegen weißt du sowas. Flo Zenger, unser Analyse-Mann. Genau, deswegen weißt du sowas immer auf Anhieb. Und der hat mich dann tatsächlich darauf aufmerksam gemacht. Und dann wurde mir das erst mal so richtig bewusst, wie lange das eigentlich ist, wie lange das schon geht. Also das ist schon eine lange Zeit. Und ja, ehrt mich natürlich. Also für so einen Verein, jedes Spiel machen zu dürfen über so viele Jahre, das ist eine Riesensache. Ja, erfüllt mich mit Stolz. Und muss ich auch ehrlich sagen, hat mich sehr geärgert beim Pokalspiel, dass ich da nicht dabei sein konnte. Pokalspiel, ja, über das… Da brauchen wir jetzt nicht reden. Gehen wir weiter. Es gibt sogar den Mythos, dass mal irgendwie ein Spiel verlegt wurde, weil du irgendwie nicht konntest oder so. Ja, den habe ich auch schon gehört, den Mythos. Aber da weiß ich nicht, ob wir das hier offiziell… Riecht sich hier auf jeden Fall rum auf dem Gelände. Ja, also soll ich das jetzt beantworten? Wir lassen mal den Mythos sein. Perfekt. Genau, blicken weiter. Es war nicht wegen der Statistik, hoffe ich mal. Und blicken weiter ja eigentlich auf die Krönung dieser ganzen Entwicklung. Der war ja der Aufstieg jetzt Ende Mai. Über den wurde ja jetzt schon umfangreich gesprochen. Wir hatten ja sogar den Kinofilm, Mutig bis zum Schluss. Und ich glaube, eine Frage kannst du oder können viele aus der Mannschaft, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr hören. Aber ich stelle sie trotzdem nochmal, weil ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Bundesligaspieler vergangen sind. Aber kannst du schon realisieren, dass du Bundesligaspielerin bist? Ich glaube, mittlerweile schon. Also man ist jetzt im Liga-Betrieb. Man weiß jede Woche, welche Aufgaben auf einen warten. Man ist jetzt auch… Ja, man hat seine ersten Eindrücke gesammelt in dieser Liga. Ich glaube, das hilft einem auch enorm weiter. Und ich glaube, man realisiert das jetzt schon. Also auch mit der Vorbereitung. Man merkt, wie professionell es jetzt auch im Training ist, wie oft man trainiert. Und dass man ja auch außerhalb, sage ich mal, weniger Zeit hat als letztes Jahr eben der Fall ist, weil man eben so viel trainiert, so viele Analysen hat und so weiter. Das merkt man auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist jetzt auch jede Spielerin ja angekommen in der Liga und ja voller Fokus darauf. Lara. Jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran. Du hast schon ein paar mehr Stationen hinter dir als Jesse. Ging bei dir im Profifußball Jena los, zweite Liga. Dann gab es den Wechsel zu Potsdam, Ausland, Basel. Wie blickst du bislang auf deine Karriere zurück? Alles schon mal gehabt sozusagen. Nee, ja, ich glaube, es waren durchweg auch positive Zeiten. Zwar auch nicht immer einfach und teilweise auch Wechsel durch eben Verletzungen oder einfach Spielpraxis. Also gerade der Wechsel jetzt nach Basel war so ein bisschen, ja, raus aus dem Bundesliga-Alltag und mal was Neues sehen, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Aber ja, alles sehr, sehr positive Stationen gewesen, wo man sehr viel lernen konnte, sehr viel mitgenommen hat, aber auch, ja, wirklich super Persönlichkeiten getroffen hat, die heute auch noch im Leben sind und ja, einfach eine super tolle Zeit bis jetzt im Profifußball erleben dürfen. Du hast auch sehr jung angefangen dann bei der ersten Mannschaft in Jena. Bist zwar auch erst 23, aber hast schon viele Jahre auf dem Niveau gespielt. Hast du auch da eine gewisse Entwicklung wahrgenommen? Du hast jetzt ja beschrieben, wie es beim FCN lief. Von Station zu Station unterscheidet sich das natürlich irgendwie, aber hast du trotzdem in den Jahren da was mitbekommen? Ja, absolut. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich in Jena gespielt habe und dort das erste Mal auch Bundesliga gespielt habe, da waren die Bedingungen noch ganz andere. Da waren auch noch ganz andere Vereine in der Liga und man hat dann Jahr von Jahr zu Jahr gemerkt, dass sich das immer weiter professionalisiert, dass da immer mehr Möglichkeiten für die Vereine da sind, aber auch für die gesamte Liga. Also weiß ich auch von den Spielstätten her, dass man jetzt in Stadien spielt, also egal ob das jetzt hier Max-Morlock-Stadion ist oder ab und zu auch andere Vereine in den großen Stadien spielen, da sieht man, dass das einfach viel mehr wertgeschätzt wird, dass es viel mehr auch wahrgenommen wird und ja, auch rein von den Zuschauerzahlen. Also ich weiß nicht, wir haben damals in Jena 250 Zuschauer gehabt oder so, das ist ja, gibt es glaube ich jetzt gar nicht mehr in der Liga, also da fängt es ja erst ab 500 oder 1.000 an und jetzt hast du auch so Highlight-Spiele, wo wirklich 15.000, 20.000 im Stadion sind. Also man sieht einfach, dass es auch von der Gesellschaft immer mehr wahrgenommen wird und dass die Entwicklung so vorangeschritten ist, hat man irgendwie von Jahr zu Jahr mitbekommen und dann immer wieder die Fortschritte, die auch vom Verband oder von Vereinsseite gemacht wurden, ja, einfach mitbekommen. Was glaubst du, woran das liegt, dass diese Entwicklung auch da nach oben geht, speziell das wird auch mit Blick auf die Zuschauerzahlen? Ja, ich glaube, das ist so ein Mix aus allem. Also das kann man gar nicht so festmachen an ein, zwei Punkten. Also es ist einmal die generelle Professionalisierung der Vereine und der Verbände, aber dann natürlich auch durch so Turniere, die einfach, also wie jetzt die EM oder WM, die dann einfach im Fernsehen zu sehen sind oder das ausgestrahlt wird, wo man dann diesen Hype mit in das Land nimmt und dadurch auch einfach viel mehr junge Leute dazu begeistert, ins Stadion zu kommen. Und ich glaube generell in unserer Generation ist die Akzeptanz viel, viel höher. Also Freunde von mir, die schauen ganz oft Frauenfußball an und kommen ins Stadion und sagen einfach, ja, es ist eine coole Atmosphäre und bringt Spaß. Und ja, dadurch kommt es dann halt einfach mit, also zusammen auch mit Marketingaktionen, mit der Reichweite, die man jetzt nutzt oder die Ausstrahlung auf TV-Sendern und allem, ja. Ja. Und in diesem Sommer hast du dann den Entschluss gefasst, nach Nürnberg zu kommen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Ich will jetzt nicht sowas hören, wie Gespräche waren mit den Verantwortlichen so gut und was sonst Fußballer gerne mal raushauen, wenn sie gefragt werden, warum hast du dich denn für den Klub entschieden? Erzähl doch mal, warum hast du dich für den Klub entschieden? Ja, die Gespräche mit den Verantwortlichen. Nein, ich glaube, also die Gespräche und ich glaube, deswegen sagt das jeder, spielen da schon eine sehr, sehr große Rolle, weil man darüber halt einfach den ersten Eindruck von dem Verein und von dem Team oder von dem Team auch rund um das Team mitbekommt und dadurch halt ja am besten sieht, was der Verein mitbringt oder was das für eine Station werden kann. Dementsprechend waren schon die Gespräche auch gut. Ich habe aber auch von verschiedenen, also ich hatte auch mit anderen Spielerinnen Kontakt, die einfach hier die Entwicklung von Nürnberg ein bisschen mehr mitbekommen haben, weil sie eben auch zweite Liga gespielt haben oder einfach im deutschen Fußball unterwegs waren, die auch alle gesagt haben, ja, hier wird seit Jahren ein guter Job gemacht, hier wird solide gearbeitet. Da ist noch sehr viel Potenzial, auch in den nächsten Jahren, was man ausschöpfen kann und das hat mir einfach gezeigt, okay, das ist vielleicht genau das, was ich jetzt brauche und ich hatte einfach auch Lust, was mitzuentwickeln, also nicht schon in ein fertiges Projekt reinzugehen, wo alles läuft und wo alles funktioniert, sondern mir war ganz bewusst, okay, hier ist Potenzial da und da kannst du auch mithelfen, das zu entwickeln oder das auszuschöpfen. Was für einen Klub hast du denn hier vorgefunden? Sehr, sehr liebevoll, muss ich sagen. Ich hatte, ich glaube, das erste war dieses DTM-Rennen, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, also es war ja ein ganz anderer Sport, den wir da angeschaut haben, aber jeder wusste, dass wir vom FCN sind, jeder wusste, was der FCN macht und da habe ich auch zum ersten Mal so das Team kennengelernt und habe halt sofort gemerkt, ja, alle sind total offen, haben Bock da drauf und auch immer noch diese Euphorie vom Aufstieg, also das hat man in den ersten Wochen extrem hier gespürt im ganzen Verein, ja, und dann auch die ersten Kontakte zum Beispiel mit dir oder auch mit anderen aus dem Verein waren sehr, sehr positiv und spätestens bei dem Fanfest ist mir dann wirklich bewusst geworden, was der Klub hier für einen riesen Stellenwert in der Gesellschaft und in der Stadt hat, ja, genau. Über diese Wucht, die auch die Fans entwickeln können, über die sprechen wir später nochmal, wenn es dann so ein bisschen auch vielleicht um das Thema Erwartungen an euch geht. Vorher aber nochmal, ja, man kann eigentlich schon sagen, dass du dich wirklich sehr gut integriert hast ins Team, weil das ja auch dadurch belegt wird, dass du aktuell mit der Kapitänsbinde aufläufst. Wie kam es dazu? Also wir sind natürlich leer, als etatmäßige Kapitänin leider verletzt, aber wie kam da dann die Wahl auf dich? Ja, ich glaube, das war so ein bisschen so ein Mix aus Feedback vom Team, aber auch von den Trainern, die dann schon in den ersten Testspielen so ein bisschen ausprobiert haben, okay, wer kann das Amt übernehmen oder schon ein bisschen geguckt haben, wer auch der Typ ist, der Verantwortung übernehmen kann. Und das hat sich dann so ein bisschen in der Vorweiterung rauskristallisiert. Aber man muss auch sagen, dass bei uns, also klar, mit Lea eh eine ist, die das gerne macht, aber wir auch hinten dran mit Jesse, mit Nassi einfach Leute haben, die die Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, in unserem Team ist es sogar egal, wer die Kapitänsbinde trägt, weil wir einfach so ein paar Stützen im Team haben, die da Verantwortung übernehmen und vorangehen. Und genau, so hat sich das dann alles entwickelt, ja. Und nicht nur du bist neu in diesem Sommer und auch ein paar andere Spielerinnen, sondern auch unser Trainer Thomas Rustendorp. Wie erlebt ihr ihn denn? Ja, hat guten Zug in dem, was er von uns verlangt. Wie meinst du das? Ja, in Sachen eine Minute für Trinkpause. Intens, intens war das Wort, der hat der Sommer vorbereitet sein. Deswegen, ja, ist gut. Also ist guter Zug drin. Und das merkt man dann auch im gesamten Team, finde ich. Ja, ist ein super Typ, würde ich sagen. Also ich glaube, es kommen alle gut mit ihm klar. Natürlich muss er Entscheidungen treffen, die für den einen oder anderen dann eben nicht so gut ausfallen. Deswegen wird die eine in der einen Woche vielleicht besser gestimmt sein, die andere eher nicht so. Aber das ist vollkommen normal. Das ist ja in jedem Verein so. Aber ich denke, wir machen gemeinsam den Job bis jetzt eigentlich ganz gut. Ja, vor allem ist es auch ein total kommunikativer Typ und auch noch relativ jung. Ich glaube, das tut dem Team sogar auch ganz gut, weil man da einfach ein bisschen näher dran ist und alles und er einfach viel Verständnis auch für uns als Spielerin hat. Das hat man nicht immer so von Trainerseite, aber gleichzeitig auch fußballerisch viel Wissen da ist, was er uns vermitteln versucht. Stichwort Kommunikation. Fände ich es klasse, wenn wir jetzt mal ein Thema endlich ausräumen könnten, was ich hier und da mal von vermeintlich kritischen Fans lese, die dann sagen, ja, er spricht doch nur Englisch. Da kann er die Mannschaft doch nicht mit erreichen. Wie ist das für euch auf dem Platz? Überhaupt kein Problem. Also er redet mit uns Englisch. Ich glaube, jeder versteht, was er dann auch will. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, hilft man sich aus. Also das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ja, und mittlerweile ist sein Deutsch auch gar nicht so schlecht. Verstehen tut das zumindest. Genau, also vor allem verstehen. Und wenn dann Spielerinnen vielleicht das nicht ganz so auf Englisch rüberbringen können oder sagen wollen, dann ist es auch gar kein Problem, wenn man hier auf Deutsch mit ihm spricht. Er versucht es dann zu verstehen. Und ich denke auch, er wird relativ schnell Deutsch lernen, um dann vielleicht auch irgendwann sogar mit uns Deutsch sprechen zu können. Man muss ja auch sagen, im Bundesliga-Fußball, auch bei den Männern ist es nicht unüblich, dass es Englisch als Amtssprache in der Kabine gibt. Ja, wir spielen immer noch Fußball. Das ist auch eine eigene Sprache nochmal. Das heißt, man muss da manchmal gar nicht so viel kommunizieren, sondern vieles geht auch einfach, kann man auch anders rüberbringen. Ja, sehr gut. Wollen wir das auch geben. Jessie, die Frage kannst du jetzt wahrscheinlich eher nur du beantworten, weil Lara unter Ausmann nicht trainiert hat. Aber wie groß war da die Umstellung für euch? Ja, es ist immer eine Umstellung. Neuer Trainer, der macht immer irgendwas anders. Aber ich glaube, vom Grundsystem her, was wir spielen, das ist gleich geblieben. Das hat, glaube ich, schon mal viel geholfen. Und dann hat jeder Trainer seine Philosophien, die er dann eben haben möchte, wie sein Team spielt. Und dann hatten wir auch acht Wochen Vorbereitung, glaube ich, insgesamt, die wir gut genutzt haben, indem er uns das näher gebracht hat, was er denn eben möchte. Und dann war die Umstellung eigentlich auch gar nicht so groß. Jetzt haben wir vorhin gesagt, über das Pokalspiel in Jena wollen wir nicht so viel reden, aber so ein ganz bisschen muss ich doch den Finger in die Wunde legen. Ja, der Saisonstart, das kann man, glaube ich, so ehrlich sagen. Wir wussten natürlich, dass es sehr schwer wird, aber der lief natürlich speziell in den ersten drei Pflichtspielen nicht so, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Wie ordnet ihr das ein? Ja, ich glaube, gewünscht haben wir uns das alles. Alle ein bisschen anders, jetzt gerade mit dem Pokalspiel am Anfang, was vielleicht auch ein relativ blöder Zeitpunkt war, weil sie waren einfach schon in der Saison drin, hatten schon Meisterschaftsspiele gehabt. Wir eben noch nicht. Also es war auch noch mal eine ganz andere Drucksituation für uns als Team. Scheiden dann da aus. War natürlich ein bisschen gedrückt, auch die Stimmung, aber trotzdem viel Euphorie noch da für den Saisonstart in der Bundesliga. Ja, und ich glaube, wir haben da vor allem in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir das Niveau auch haben und dass wir es auch können. Sind aber vielleicht einfach auch noch nicht so konstant in der Leistung. Das liegt an verschiedenen Sachen. Man muss halt trotzdem sagen, es ist ein sehr, sehr junges Team, haben, was wenig Erfahrung hat, auch mit so Rückschlägen umzugehen. Und das sind wir gerade auch dabei zu lernen. Und ich glaube, jetzt hat man auch Fortschritte gesehen in den Spielen, auch wenn es vielleicht jetzt aktuell vom Ergebnis her immer noch nicht so aussieht. Aber ich glaube, für alle, die von Fußball wirklich Ahnung haben und sich die Spiele genau anschauen, sieht man, dass die Mannschaft immer sich besser in der Liga einfindet und da auch die Leistung langsam steigern wird. Wie gut tun da so Leistungen wie gegen Wolfsburg, Jessie? Ja, extrem gut. Also wenn man dann merkt, dass man ja nicht nur gegen Liga-Konkurrenten, sondern wirklich gegen Top-Mannschaften der Liga mithalten kann und sie vor Probleme stellen kann, sodass sie dann am Ende wirklich ihre Topstars einwechseln müssen. Das zeigt schon, dass da die Entwicklung in die richtige Richtung geht und gibt uns natürlich auch viel Selbstvertrauen. Was man auch wirklich hervorheben muss, finde ich, an der Stelle, ist dann doch der Unterschied zwischen erster und zweiter Frauenbundesliga. Auch im Vergleich zum Männer-Ligensystem ist der ja dann doch nochmal größer, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die zweite Liga ist so ein bisschen so eine Entwicklungsliga. Das ist ja auch vom DFB, glaube ich, so ein bisschen so gefordert. Aber das bringt halt einfach die Probleme für Aufsteiger, dass du dich halt, wie ihr letztes Jahr, gegen viele U20-Teams auch durchsetzen musstest, wo viele rein vom Alter her auch jünger sind, dass sie eben gleiche Unerfahrenheit haben. Und dann kommst du auf einmal in eine Liga, wo Spielerinnen 80, 90 Bundesligaspieler haben und viel abgezockter sind und ja, da auch jeder Fehler einfach so eiskalt bestraft wird, wie wir es bis jetzt auch mitbekommen haben. Ich glaube, der Gap ist einfach noch ein bisschen zu groß. Außer du bist halt so ein Team wie Leipzig, was sich jahrelang darauf vorbereitet hat, in die Liga aufzusteigen und dann vielleicht auch einen anderen Kader zusammen hat. Und auch einen anderen finanziellen Peckmann. Ja, das auch. Aber ja, für Teams, die das vielleicht einfach nicht haben, ist es relativ schwer. Und dann brauchst du halt die ersten Wochen in der Bundesliga, um dich da dran zu gewöhnen. Und das kann halt manchmal schon die fehlenden Punkte sein, die du eigentlich brauchst. Und ich glaube, in Zukunft geht es da auch einfach weiter, die zweite Bundesliga zu professionalisieren. Also man sollte nicht immer nur auf die Bundesliga schauen, sondern auch das da drunter, dass du einfach dort Talente förderst, um dann einfach das Niveau von der ersten Liga wirklich halten zu können. Ja, aber spannender Punkt, dass man da dann offenbar nicht zwingend in der ersten Liga ansetzen muss, sondern in der zweiten, um dann auch am Ende die Bundesliga und die Ausgeglichenheit der Liga irgendwie zu fördern. Ja, voll. Also ich glaube, diese U20-Teams, die waren gut, die sind aber vielleicht jetzt nicht mehr ganz so aktuell, weil ich glaube, wenn die Talente sich verteilen auf andere Mannschaften, hast du auch einfach Vereine, die wirklich aufsteigen können. Also ich weiß nicht, bei uns, als ich damals bei Jena gespielt habe, wir sind als Vierter aufgestiegen, weil du davor halt U20-Mannschaften hattest, das kann ja eigentlich auch nicht das Ziel sein, dass du als Vierter dann in die Bundesliga aufsteigst. Finde ich ein bisschen schwierig, sollte man halt nochmal überdenken, ob man dann die Verteilung vielleicht ein bisschen anders darstellen kann. Was für mich auch auffallend war, ich habe auch nach den Spielen immer wieder mal so ein bisschen einen Blick in die Social-Media-Kommentare und unter Instagram-Posts lese ich dann auch mal so ein bisschen nach der Niederlage gegen Bremen gab es extrem viele aufmunternde Worte. Nach der Niederlage gegen Leverkusen gab es aber auch schon hier und da Kritik, sicherlich auch berechtigte Kritik über das Spiel. Aber wie geht ihr jetzt damit um oder eure Teamkolleginnen? Weil ich mir das schon schwierig vorstelle, wenn man jetzt so viele Jahre lang erfolgreich war, Aufstieg um Aufstieg und logischerweise dann auch viele Siege, die man feiern konnte. Und jetzt gibt es da mal Spiele, die nicht so gut laufen und entsprechend dann auch Kommentare dort. Ist das schwierig für euch? Ist es auf jeden Fall neu. Also in der Form waren wir das nicht gewohnt. Natürlich gab es mal das ein oder andere schlechte Kommentar auch vorher. Wenn man eben dann Spiele verloren hat, gerade wenn auch die Leistung eben dann nicht gestimmt hat in diesen Spielen, dann ist das auch vollkommen zu Recht. Ich glaube, das dauert einfach ein bisschen seine Zeit, bis man sich an sowas gewöhnt, bis man auch für sich persönlich einfach den Weg damit findet, dann mit sowas umzugehen. Ja, man muss auch sagen, dass es wahrscheinlich gegen Leverkusen auch wirklich so gerechtfertigt war, weil es einfach nicht unsere beste Leistung war, die wir da abgerufen haben. Das muss man einfach so knallhart sagen. Und dann ist es auch verdient so ausgegangen, dieses Spiel. Und dann sind auch solche Kommentare durchaus, ja, ich sag mal, verständlich, dass man da als Zuschauer dann eben seinen Frust dann auch irgendwie rauslassen möchte, gerade wenn man dann sich mit dem Verein so verbunden fühlt. Ja, aber da findet, glaube ich, jede Spielerin dann mit der Zeit ihren Weg damit und kann damit, ja, ich sag mal, abschließen und das dann zu dem Spiel zuordnen. Ich glaube, es ist auch immer wichtig, auch für die Fans vielleicht, sich immer vor Augen zu halten, mit was für einer krassen Außenseiterrolle wir einfach in die Saison gehen. Nichtsdestotrotz, wie schon gesagt, du hast ja selber schon das Leverkusen-Spiel angesprochen, da die Leistung sicherlich auch nicht 100 Prozent gestimmt, kann man das Ganze vielleicht trotzdem aber auch als Ansporn sehen, weil du siehst, auch nach solchen Spielen, wie viele Leute das dann ja offenbar verfolgen. Und umgekehrt haben wir es dann auch erlebt nach dem Wolfsburg-Spiel. Es war schon echt irre, wie viele Leute dann auch entsprechend positive Kommentare geschrieben haben. Ist das vielleicht auch nochmal so ein Fünkchen, der ein paar Prozent da rauskitzeln kann auf dem Platz? Ja, das motiviert natürlich, also egal jetzt in welche Richtung, das motiviert total, seine Leistung zu steigern oder beizubehalten. Ich glaube, wir haben jetzt auch mal gesehen, was in dem Team steckt und was wir eigentlich können. Und wenn du dann auch noch von außen hörst, okay, es wird auch noch so wertgeschätzt und Leute schauen sich das an, auch nicht nur bei Heimspielen, sondern sind teilweise auch auswärts vor Ort oder schauen es dann vor dem Fernsehen. Es gibt natürlich extra Motivation, da zu 100 Prozent Vollgas zu geben. Aber ich glaube, jede, die auf dem Feld steht, würde so oder so immer wieder 100 Prozent geben für den Verein. Ja, muss man auch sagen, dass es in Nürnberg, ich sage mal in Anführungszeichen, relativ einfach ist, die Fans auf seine Seite zu ziehen. Wenn man eben schafft, in jedem Spiel die Leidenschaft, den Ehrgeiz, den Kampfgeist auf den Platz bringt, dann honorieren die Leute das. Wenn man schafft, sich einen Wert zu schaffen auf dem Feld, dass die Menschen da draußen sich damit identifizieren können, dann werden sie wahrscheinlich immer auf unserer Seite sein, egal wie das Spiel dann am Ende ausgeht. Gerade in der Rolle, wie du schon gesagt hast, in der wir in dieser Saison stecken, muss allen bewusst sein, dass es eben Spiele gibt, in denen wir ganz klarer Außenseiter sind und die Chance, dass wir da Punkte beziehungsweise im Punkt holen, eben sehr gering ist. Und dann muss man eben schauen, dass man da in kämpferischer Sicht, in dem, wie man sich präsentiert und wie man dann eben auch den Vereinen repräsentiert, dass man sich da eben klar bewusst sein muss, dass es nur über Kampfgeist und Leidenschaft und was weiß ich, was es noch alles für Attribute gibt, die man da reinwerfen muss, dass es nur darüber eben geht. Und das haben wir gegen Wolfsburg geschafft und dann sehen eben auch dementsprechend die Resonanz so, wie sie jetzt ist. Und wenn man es mal auf der emotionalen Schiene betrachtet, klar, Fußballergebnissport, aber das kann an manchen Tagen ja auch sogar geiler sein, als drei Punkte zu holen, wenn du jetzt so ein Spiel wie in Wolfsburg hast und dann siehst, dass du das einfach bei den Zuschauern auslöst dann als Spielerin oder das muss ja auch einfach ein fantastisches Gefühl sein. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt sagt, wir haben dieses Spiel verloren, wir sind mit null Punkten da raus, aber ich bin mir sicher, dass dieses Spiel viele Leute dazu bringt, vielleicht die nächsten Wochen bei uns ins Stadion zu kommen, weil sie genau die gleiche Leistung wiedersehen wollen, dann ist das einfach etwas, was einen trotzdem stolz macht, obwohl man da jetzt mit nichts rausgegangen ist aus diesem Spiel. Ich habe gerade die Außenseiterrolle, die wir in der Saison innehaben, schon angesprochen. Ja, auch noch ein spannender Fakt. Das letzte Mal, dass es beide Aufsteigerinnen geschafft haben, in der Liga zu bleiben, war 2006, 2007 in der Saison. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass RB Leipzig, wir haben auch den finanziellen Background vorhin angesprochen, in der Liga bleibt, dann wäre es ja eigentlich schon fast eine mittelgroße Sensation, wenn wir das auch schaffen. Ich würde sagen, es wird mal wieder Zeit. Ja, ich würde gerade sagen. Das wäre nämlich jetzt meine Anschlussfrage. Was glaubt ihr denn, warum wir es am Ende schaffen, drin zu bleiben, Lara? Ja, ich glaube, weil wir einfach ein Verein oder auch eine Mannschaft sind, die über die Einstellung kommt, die über diesen Kampfgeist kommt. Und ich glaube, man hat es jetzt gegen Wolfsburg auch gesehen. Damit haben die, glaube ich, auch nicht gerechnet, dass wir als Aufsteiger so dort auftreten werden. Wir sind einfach, also dieses mutig bis zum Schluss, das habe ich am Anfang so ein bisschen eingetrichtert bekommen, aber mittlerweile fühle ich das auch genauso, wie das hier gesagt wird. Also es ist wirklich so, dass der Mut in den meisten Fällen belohnt wird. Und wenn wir weiter mutig daran arbeiten, aber auch mutig sind, ja, da voranzugehen und das durchzuziehen, die Philosophie, die wir haben, glaube ich, werden wir am Ende des Tages auch belohnt werden. Und wir werden uns ja mal weiterentwickeln. Also gerade in dem jungen Alter, also wenn du jetzt da einen Kader hättest von Spielerinnen, die durchweg 28 bis 30 Jahre alt sind, dann wird da von der Entwicklung her, von Spiel zu spielen, nicht mehr so viel gehen. Aber das ist ja bei uns definitiv nicht der Fall. Wir sind der jüngste Kader der Liga und wir lernen mit jedem Spiel weiter. Und natürlich wird es mal Spiele geben, in denen es nicht so funktioniert, aufgrund auch einfach der Erfahrung oder dem Alter geschuldet. Aber dann wird es auch wieder Spiele geben, wo wir über unsere Grenzen hinausgehen und dann vielleicht Sensationen schaffen. Ich glaube gerade vielleicht dieses Wolfsburg-Spiel war genau so eins. Also ich glaube, wenige haben schon gegen die gespielt, aber wir waren total unbeeindruckt von dem Ganzen. So ein bisschen diese junge Naivität eigentlich auch, die uns da einfach geholfen hat, über uns hinauszuwachsen und einfach die Leistung abzurufen. Die Erwartungshaltung wird jetzt natürlich trotzdem sein, dass wir in dieser Saison, so realistisch muss man sein, natürlich mehr Spiele verlieren werden als gewinnen. Wir werden mehr Gegentore kassieren als Tore schießen. Wie schwierig ist das für eine Mannschaft, damit umzugehen, weil das ja doch schon dann gewisse Negativerlebnisse sind, die dann aufs Team einprasseln. Oder mit einer gesunden Erwartungshaltung fängt man das vielleicht auch ganz gut auf. Wie schaut da das Innenleben in der Mannschaft bei euch aus? Ich glaube, uns ist allen bewusst, welche Rolle wir haben. Und wenn man jetzt die letzten Jahre vergleicht, auch die Aufsteiger oder die Mannschaften, die immer um den Abstieg spielen, wie viele Punkte sie am Ende haben. Ich glaube, das war jedem bewusst, wie dann die Saison wahrscheinlich aussehen wird. Und in dem Sinne ist man dann auch mit einer gewissen Erwartung an sich selber, aber auch ans Team dann eben reingegangen. Und ja, ich glaube, wenn es eben so Spiele gibt wie gegen Wolfsburg, wo du jetzt keine Punkte mitnimmst, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung abrufst, dann ist auch diese Niederlage danach nicht so schmerzhaft, wie jetzt beispielsweise gegen Leverkusen oder Bremen. Und wenn man dann eben schafft, mehr Spiele wie Wolfsburg zu haben, gerade gegen die Top-Teams, wo die Wahrscheinlichkeit eben gering ist, dass man Punkte holt, dann wird das auch uns über die Saison hintragen. Und dann eben muss man schauen, dass man in Spielen, in denen man dann ebenbürtig ist, wirklich auch alles reingibt, dass man dann ja eben diese Punkte holt. Und das gibt dann halt nochmal diesen Extra-Push. Ja, ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, mit Niederlagen umzugehen. Und ich glaube, wenn man so eine Saison wie letztes Jahr hat, wo man einfach viel gewonnen hat, das ist auch ein harter Kontrast jetzt. Aber ich glaube, jetzt nach drei Spieltagen haben die ersten oder eigentlich alle schon verstanden, was die erste Liga bedeutet, auch ergebnismäßig, dass es da nicht ganz so leicht ist, Punkte einzufahren, wie vielleicht noch letztes Jahr. Und ich glaube, das ist einfach ein Lernprozess, damit umzugehen, das irgendwann auch einordnen zu können. Und ja, am Ende muss man es immer wieder schnell abhaken, weil einfach der nächste Spieltag steht sofort wieder an. Und wenn man zu lange, ja, zu viel Zeit damit verbringt, kann es sein, dass man den nächsten Spieltag schon wieder gar nicht bereit ist für die neue Aufgabe sozusagen. Sehr schön. Dann kommen wir so langsam zum Ende. Falls ihr noch irgendwas habt, was ihr loswerden wollt. Komm, Freitag ins Stadion. Let's go. Muss man dazu sagen, die Folge wird erst nach dem Offenbandspiel. Nein. Ja, egal, dann kommt danach. Kommt danach gerne. Ja, Köln. Also vorher ist Schalke. Ich glaube, es ist eh ein Riesenspiel hier, die Fanfreundschaft. Und danach am Sonntag spielen wir gegen Köln. Ich glaube, es wird auch ein Riesenspiel. Es wäre natürlich cool, wenn wir da viel, viel Unterstützung haben. Also grundsätzlich bei jedem Heimspiel. Aber vielleicht kann man das nutzen, direkt einen schönen Samstag und Sonntag im Max-Maulock-Stadion zu haben. Es sind sowieso nicht nur die einzigen Heimspiele in der Woche, weil am Mittwoch davor ist auch noch DFB-Pokal der Männer gegen Hansa Roszog. Also drei Heimspiele. Und für alles Tickets kaufen und dann drei Siege holen. Das wird eine ganz schöne Fußballwoche. Perfekter Plan. Letzter Werbeblock. Mutig bis zum Schluss den Kinofilm. Den haben wir vorhin auch einmal ganz kurz angesprochen. Den gibt es mittlerweile auch schon in der Sky-Mediathek und auch ganz neu bei Amazon Prime. Dort kann man sich den für ganze 99 Cent kaufen. Also auch da mal reinschauen, wer den Film im Kino noch nicht gesehen hat oder ihn so gut fand, dass er sich gerne nochmal anschauen möchte. Sehenswert. Das stimmt. Ich habe ihn auch gesehen. Ich muss sagen, er ist jetzt auch als Außenstehender sehr, sehr gut gemacht. Perfekt. Dann habt ihr hier doch die perfekte Empfehlung. Und dann bedanke ich mich bei euch beiden und wünsche uns eine richtig erfolgreiche Saison noch in der Google Pixel Frauenbundesliga. Danke, danke. Danke, danke. Ciao, macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast mit Add-on Personal, dem Partner für Ausbildung und Karriere des NLZ. Bist du bereit für den Aufstieg? Komm auf addon-personal.de. Wir bringen auch dich im Beruf ans Ziel. Der Club Podcast.